Warum Männer und Frauen, die viel Kraftsport betreiben, nicht nur darauf achten müssen, wie viel Eiweiß sie zu sich nehmen, sondern auch noch auf ihren Vitamin B6 Haushalt oder auch Pyrodoxin genannt, erfahrt ihr in diesem Video. Dafür schauen wir einmal, was kann das Vitamin B6 überhaupt. Zum einen reguliert es die Immunabwehr. Dadurch werden wir natürlich weniger krank. Des Weiteren, da es auch ein B-Vitamin ist, sorgt es für die Verstoffwechselung der Makronährstoffe. Jedoch liegt der Fokus diesmal hier auf den Eiweißstoffwechsel. Deswegen ist es auch für unseren Muskelaufbau sehr, sehr entscheidend. Hier seht ihr nochmal Symptome, die bei einem Mangel auftreten können. Zum einen reagiert der Mensch da mit einer erhöhten Reizbarkeit. Es kann sogar zu Depressionen führen oder auch einfach zu Verwirrungen. Was jetzt zwar kein Symptom ist, aber auch für einen Mangel sorgt, ist, wenn wir zu wenig Thiamin zu uns nehmen. Hier seht ihr 6 Lebensmittel, die 4 Vitamin B6 enthalten. Da haben wir einmal die Bananen, den Hummer, Lachs, Sojabohnen, Kischererbsen und Walnüsse. Und daneben seht ihr einmal, wie viel Vitamin B6 auf 100 Gramm in diesen Lebensmitteln enthalten ist. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wie viel Vitamin B6 braucht ihr am Tag? Da braucht der Mann 1,6 Milligramm von. Die Frau braucht etwas weniger, nämlich 1,4 Milligramm. Falls diese Frau schwanger wird, braucht sie teilweise sogar mehr als der Mann, nämlich 1,5 bis 1,8 Milligramm. Das heißt, je länger die Frau schwanger ist, desto mehr Vitamin B6 braucht sie am Tag, vor allem wenn sie das Kind dann stillen muss. Falls ihr weiterhin interessiert seid, mehr über diese Mikronährstoffe zu erfahren, dann abonniert gerne den Kanal Einfach Gesund.